Komm raus! Hey, komm raus! Papa! Ja, meine Kleine, was ist passiert? Okay, jetzt bist du der Flaschengeist. Ein Genie? Ja, natürlich! Sieh das an! Und was fehlt? Jetzt male ich dich an! Vielleicht auch nicht? Komm schon, Papa! Und jetzt will ich einen magischen Teppich! Ich versuche es! Ich versuche es! Lass uns gucken. Ja. Okay, das ist genug. Zauber, zauber, zauber. Okay. Okay, warte. Los. Los. Ja. Oh. Oh. Hilfe. Hilfe. Puh. Nun, nun, wir bekommen das schon alles hin. Wie toll. Warum machst du das? Rein mit dir und beeil dich. In die Lampe? Nee, 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 nee. Komm schon. Nein, rein da. Jetzt. Nun, okay. Lass mich hier raus. Nun, ich bin fertig mit all dem. Oh. Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Endlich. Papa? Hallo. Komm, wir spielen nochmal. Stacy, komm zum Essen. Ich bin nicht Stacy. Ich bin eine Prinzessin. Okay, Prinzessin. Dann setz dich mal hin und iss. Föttere mich. Ja, genau. Ist mal schön selber. Du bist kein Baby mehr. Ich verwandle dich in einen Frosch. Das will ich sehen. Okay, okay. Ich werde dich ja füttern, aber verwandle mich zurück. Na gut, okay. Uiuiui, lass mich dich füttern. Hm, jetzt will ich ein Tablet. Nein, das wird sonst zu viel. Tja, dann verwandle ich dich in einen Frosch. Ich hol's mir selbst. Kleine, verwandle mich zurück. Okay. Und jetzt geh ich schlafen. Ruhe. Hey, wach auf. Warte mal. Und jetzt räumt alle deine Spielsachen auf. Was? Ich? Niemals. Dann nimm das. Papa, bitte verwandle mich zurück. Na gut, okay. Und jetzt mach mein Auto sauber. Na gut. Ich sollte mich nicht so verhalten. Und jetzt mach das Katzenklo sauber. Hahaha. Papa, tut mir leid. Ich werde niemals wieder so sein. Okay, Schatz. Ich vergebe dir. Oh, nicht! Ach, hier! Ach, nie! Fight! Ach, wie ist das? Oh, es ist das Bespät. Oh, lecker! Oh, ich bin satt! Oh, oh! Oh! Oh nein! Hilfe! Oh, nein! Oh! 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 Das war ja schrecklich! Sehr schrecklich! Oh nein, nein, nein! So gruselig! Oh! 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 Juni! Können wir bleiben hier? Aha. Jetzt wird's mal Zeit zum Schlafen. Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen uns fröhliche Cartoons angucken.